Die ganze Kanalisation riecht nach frisch gebackten Plätzchen. Ja, und? Backt ihr gerade welche? Mikey, was ist denn da los? Schredder will wissen, ob wir gerade Plätzchen backen. Wie kommt er denn da drauf? Er sagt, die ganze Kanalisation riecht nach frisch gebackenem. Und wenn schon? Ich möchte mitbacken. Er will mitbacken. Aber wir backen doch gar nicht. Genau, weißt du, wir backen gar nicht, Alter. Wir, das bildest du dir nur ein. Warte, wenn ihr keine Plätzchen backt, was macht der denn eigentlich hier bei euch? Hey, Boss, wir backen gerade Plätzchen. Aha. Oh Mann, jetzt hast du es verraten. Ach, verdammt. Ich bin so ein dämliches Plappermaul. Einmal nachdenken, bevor ich rede. Einmal. Ich, ach, es sollte doch, es sollte doch, es... Es sollte eine Überraschung für dich sein, Schredder. Tja, jetzt ist es raus. Eine Überraschung? Plätzchen? Für mich? Ja, er wollte Plätzchen für seinen Lieblingsboss backen. Für den Advent. Genau. Aber das ist ja... Das finde ich ja... Ich meine, ich... Ja, ich weiß. Aber, weißt du, wir müssen jetzt weitermachen. Ciao. Fein. Ich denke, er hat's geglaubt. Gut gemacht, mein vermummter Freund. Wir geben ihm doch nicht wirklich welche ab, oder? Auf keinen Fall. Die essen wir alle alleine. Das ist wirklich das Netteste, was je einer für mich gemacht hat. Ich liebe euch alle. Ha, Idiot. Ich liebe euch alle.